Für Hermann Hormann ist die Fülle der Motive im Bereich der Landschaft schier unerschöpflich. Vom Flachland bis zum Hochgebirge gibt es zahllose Ansichten und Einblicke. Der Standpunkt des Betrachters und der Wechsel des Lichtes ergeben immer wieder neue Bilder, die sich wandeln und verwandeln. Deshalb spielen in den Landschaftspastellen von Hermann Hormann die ständig wechselnden Lichtverhältnisse eine Schlüsselrolle. Denn mit jeder Veränderung des Lichts ändert die Landschaft ihre Erscheinung. Auch der Wechsel der Jahreszeiten kann eine Szenerie auf dramatische Weise verwandeln. Herbstfarben, Schnee oder die untergehende Sonne reduziert eine imposante Szene auf einige wenige undeutliche Formen. Jeder Lichteinfall verändert so die Eigenfarbe der Objekte und die Wahrnehmung beim Betrachter. Im Laufe der Jahre hat der Künstler eine Methode entwickelt, die ihm gewisse Anhaltspunkte liefert, wie die am Motiv wahrgenommenen Farben analysiert und auf das Bild übertragen werden können. Es ist eine eigene, individuelle Sichtweise, die eine ausgefallene Maltechnik mit Pastellfarben benötigt. Dabei gibt sich der Künstler ganz absichtlich nicht dem Farbenrausch hin, sondern nimmt sich zurück, reduziert seine Farbgebung. Niemals käme man auf die Idee, dass in seinen Bildern wenige, manchmal nur fünf oder sechs Farbtöne, zum Einsatz kommen. Doch mit seinem Können und seinen geschickten Händen realisiert er mit diesen wenigen Farben ein großes Spektrum an Zwischentönen und Farbabstufungen, die seine Bilder zum Leuchten bringen. Und das ist es auch, was die Technik auch für andere Künstler so interessant macht. Die Beschränkung auf ein Minimum an Farben, mit denen man sich unmittelbar ausdrücken kann. Dies kommt einem nicht nur im Atelier zugute, sondern gerade auch, wenn man vor Ort im Freien arbeitet. Hermann Hormann ist kein Revolutionär, sondern eher ein Techniker, der die Möglichkeiten der Landschaftsmalerei mit Pastell genau studiert hat. Wenn man ihm über die Schulter schaut, dann merkt man sehr schnell, dass er nach einem ganz bestimmten Rhythmus arbeitet. Er stellt die Pastellmalerei nicht auf den Kopf, sondern vereinfacht sie lediglich für seine Zwecke. In der Regel arbeitet er auf einem getönten Papier. Er verwendet sehr gerne Mittelwerte, wie zum Beispiel Mittelgrau, warmes Grau, Ocker und so weiter. Mit diesen Grundtönen kann er den hellsten und dunkelsten Wert seiner Farbskala ganz leicht variieren. Auf einem getönten Papier muss er nicht ständig die Farben in ihren Helligkeitswerten korrigieren, wie das bei einem weißen Untergrund der Fall ist. So erleichtert der getönte Malgrund den natürlichen Aufbau des Bildes von dunkel nach hell, indem der Künstler die richtigen Farbwerte von Anfang an trifft. Beim Malen hält er sich genau an die Regeln. Er arbeitet immer von dunkel nach hell. Beginnt also mit der Skizze, dem Grundgerüst seiner Landschaft. Diese arbeitet er aber nicht detailliert aus, sondern tastet sich mit vielen kleinen Strichen in die Form der Landschaft hinein. Daraus entsteht eine lockere Skizze, die das Motiv erkennen lässt. Trotzdem ist noch alles offen, Korrekturen jederzeit möglich. Anschließend beginnt er dann mit der farblichen Ausarbeitung seiner Skizze. Erst trägt er vorsichtig, ja fast zaghaft die erste Farbe auf. Er strichelt hellere und dunklere Töne ungleichmäßig auf das getönte Papier. Außergewöhnlich ist hier, dass er jeden seiner Finger wie ein Pinsel benutzt. Es scheint, als würden seine Hände über das Papier tanzen. So wie ein Dirigent das Orchester leitet, weist er der Farbe ihre Fläche zu. Der Zeigefinger schiebt die Farbe nach oben, der Daumen schwächt den Strich wieder vorsichtig ab. So bestimmt er den Tonwert eines jeden Pigment-Korns. Mit dem Handballen werden die Flächen abgeschwächt oder die Farbe neu zugeordnet. Die Farbe muss bei Hermann Hormann atmen können, darf nicht durch zu viele dicke Schichten erstickt werden. Deshalb versucht er, die Farbe mit seinen Händen zu fühlen. Verleiht ihr dadurch Leben. Es scheint, als würde die spärlich eingesetzte Farbe auf dem Papier aufgeräumt. So entstehen feine, transparente Farblasuren, deren Intensität durch seine Finger gesteuert wird. Große Farbflächen verwischt er auch schon mal mit einem Baumwolllappen oder einfach mit einem Papierküchentuch. Aber er benutzt auch Schwämme oder Styropor zum Verwischen. Mit all diesen Methoden kann er mit wenigen Farben, die für seine Bilder so typischen Zwischentöne erzeugen. Es entsteht ein Farbschleier über dem getönten Malgrund. Durch das vorsichtige Verschmelzen der hellen und dunklen Farbtöne erzeugt er Farbkombinationen, die sich gegeneinander beeinflussen. So schafft er viele Zwischentöne, obwohl er tatsächlich nur vier oder fünf Farben benutzt. Diese Zwischentöne bestimmen auch die Helligkeit oder Dunkelheit in seinen Bildern. Sie beeinflussen auch die benachbarten Farbtöne untereinander. Und das ist die eigentliche Technik, die der Künstler immer wieder in seinen Bildern ausreizt. Durch das Wischen entsteht die Transparenz einer dünnen Lasur. Durch diese scheint der getönte Malgrund und beim Auftrag weiterer Farben beeinflussen sich diese wiederum untereinander. Auch die Bildwirkung erzeugt er nicht mit vielen kleinen Details, sondern mit hell-dunkeleffekten, die er geschickt mit unterschiedlichen Lasuren aus den wenigen Farben herausarbeitet. So entstehen Bildstimmungen mit Atmosphäre, geschaffen aus Licht und Schatten. Und das ist es auch, was den Betrachter an seinen Bildern fasziniert. Und das ist auch, Samstag, die Paste verfolgt. Vielen Dank.